Moin Leute, diese schwedische Studie kam zu dem Ergebnis, dass wenn man die gesamte Produktionskette von E-Autos betrachtet, die CO2-Bilanz gar nicht mal so gut ist. Das hat mich mega überrascht und um es einfacher zu formulieren, man müsste acht Jahre mit einem Tesla fahren, um mit einem Verbrenner klimatechnisch gleichzuziehen. Erst danach würde sich das Auto klimamäßig pensieren. Moment mal Andreas, ich fahre ja schon seit über drei Jahren ein E-Auto und habe mich schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Und natürlich kenne ich auch diese Studie von 2017. Die wird ja sogar heute noch immer wieder hergenommen, wenn es um den CO2-Rucksack von E-Autos geht. Aber sag mal ganz ehrlich, glaubst du diesen Kram denn immer noch? Moin Jens, natürlich glaube ich das nicht. Das war totaler Quatsch. Die Studie gab es zwar und die Studie war auch in Ordnung und sogar gut gemacht. Aber die Schlussfolgerung vieler Medien war dermaßen falsch und die wurden ohne mit der Wimper zu zucken sofort in Umlauf gebracht und einfach total verbreitet, sodass Behauptungen wie diese acht Jahre sich bis heute hartnäckig halten. Das ist ein Schaden, den man nur noch schwer reparieren kann. Denn Jens und auch ich bekommen diese Behauptung bis heute zu spüren und zwar relativ häufig immer noch. Der Fehler war ganz einfach. Die Medien haben die Studie verwendet, die gesamte Kette der E-Auto-Batterie betrachtet, aber nicht die gesamte Kette des Verbrenners zum Vergleich herangezogen. Dort wurde nur der Auspuff quasi betrachtet. Zudem galt die Annahme, dass die E-Auto-Batterie mit fossilem Strom erzeugt wurde. Schaut man zum Beispiel bei Tesla, dann wird man sofort eines Besseren belehrt. Einige Medien haben also Äpfel mit Birnen verglichen, denn ein Verbrenner und auch der Treibstoff müssen ja auch hergestellt werden. Und das ist alles andere gut für unsere Atmosphäre. Es ist also ein absolut unfairer Vergleich gewesen. Und die Autoren der Studie haben sich schon mehrfach von den Behauptungen der Medien distanziert. Schauen wir uns also mal an, wie es wirklich um den CO2-Fußabdruck von E-Autos steht. Und wir schauen uns die gesamte Herstellungskette an und das in diesem Jahr, also 2021. Bevor wir loslegen, erstmal cool, dass du dabei bist, Jens. Ich freue mich halt mega, wieder mit dir ein Video zu machen. Und deinen Kanal Move Electric kann ich jedem E-Auto-begeisterten Menschen einfach nur ans Herz legen. Richtig spannend und informativ. Also schaut es euch an, es lohnt sich. Jens und ich stellen euch heute genau zwei wissenschaftliche Arbeiten vor, die das Ganze mal ordentlich verglichen haben. Und dann fangen wir mit der ersten an. Diese aktuelle Studie vom ICCT von 2021 kommt nämlich zu einem völlig anderen Ergebnis. Einfach gesprochen bedeutet das, es gibt mit Verbrennungsmotoren keinen Weg aus diesem CO2-Problem, das wir momentan haben. Das ist schon eine sehr harte Aussage. Vergleichen wir jetzt mal den Verbrenner mit dem Batterieauto, und zwar für Europa, wie gesagt, in diesem Jahr 2021. Fangen wir mit den Emissionen für die Produktion des reinen Autos an. Ihr seht jetzt hier, dass nur für die Produktion das Batterieauto ein bisschen weiter vorne liegt. Nehmen wir jetzt noch die Emissionen für den Akku dazu, dann sieht es natürlich wieder besser für den Verbrenner aus, weil die Produktion eines solchen Akkus ist verdammt energieintensiv. Als nächstes die Wartung. Wir sehen jetzt hier irgendwie, dass das nicht wirklich viel ausmacht. Also das ist fast zu vernachlässigen. Und jetzt kommt der dicke Batzen, der es jetzt reißt. Das ist nämlich die Emissionen, die durch den Treibstoffverbrauch entstehen. Also durch den Sprit, den ich tanke und dann verbrenne und das, was aus dem Auspuff quasi rauskommt. Beim Batterieauto entspricht das dem Strom aus dem derzeitigen Strommix in der EU. Also ich persönlich finde diesen Unterschied schon ziemlich beeindruckend. Für den Verbrenner kommt aber noch ein weiterer Punkt hinzu, und zwar der Stromverbrauch für die Treibstoffproduktion. Denn die ist ebenfalls sehr aufwendig und die darf nicht vernachlässigt werden. Ihr seht das, das ist halt noch schlimmer dann. Was ihr jetzt hier seht, ist der gesamte CO2-Fußabdruck für die komplette Lebensdauer. Also einbezogen sind die Produktion vom Auto, der Batterie und dem Sprit, der Transport, das Recycling und auch der Strom- und Spritverbrauch. Ihr seht schon hier, die Emissionen sind beim Verbrenner fast dreimal höher. Und das ist schon eine Hausnummer und hat sogar mich überrascht. Das muss ich zugeben. Okay, wie sieht es mit Wasserstoffautos aus, also Brennstoffzellenautos? Hier kommt es jetzt darauf an, wo der Wasserstoff eigentlich herkommt. Schauen wir uns erst einmal die jetzige Lösung an. Ihr seht jetzt hier wieder links das vollelektrische Batterieauto. So wie es jetzt ist, mit dem jetzigen Strommix und rechts das Wasserstoffauto mit sogenannten blauem Wasserstoff. Weil im Moment und vermutlich auch noch in vielen Jahren wird der Wasserstoff vermutlich nicht nur mit erneuerbaren Energien hergestellt, sondern es wird Erdgas genommen, also fossiles Erdgas und dieses mit unserem jetzigen Strommix in Wasserstoff umgewandelt. Das ist ein sehr ineffizienter Prozess, da mich halt diese ganze Hin- und Herumwandelei immer wieder Energie kostet. Ich muss halt immer wieder Strom reinstecken und die bekomme ich natürlich nicht zurück. Das ist schlecht. Und diesen Punkt habe ich beim Batterieauto einfach nicht. Also das ist im Prinzip schon fast das ganze Geheimnis. Das ist relativ einfach zu verstehen, finde ich. Und genau so fällt auch das Ergebnis aus. Okay, wie wäre es denn, wenn die Energie wirklich komplett grün wäre und ich wirklich echten grünen Wasserstoff hätte und davon genug? Dann sähe es tatsächlich viel besser aus. Also tatsächlich würden hier die Emissionen dann fast gleich ziehen. Und ich muss zugeben, dass mich das sogar auch beeindruckt hat. Das hätte ich nicht gedacht. Was heißt das jetzt? Naja, wie gesagt, das Batterieauto, das haben wir jetzt halt schon. Das fährt und es funktioniert. Und es bringt uns jetzt einfach schon wahnsinnig viel, was das Klima angeht. Grünen Wasserstoff haben wir halt einfach noch nicht oder nur in sehr geringen Mengen. Und wenn wir ihn mal haben oder in vernünftigen Mengen, dann sollte er erst mal für Dinge eingesetzt werden, wo er durch nichts anderes zu ersetzen ist. Also wo es einfach keine andere Lösung gibt, wo ich Wasserstoff wirklich essentiell brauche. Und das sind viele Bereiche in der Industrie und Chemie. Und für die wir jetzt schon unfassbare Mengen benötigen würden. Deswegen wird das für die nähere Zukunft keine sinnvolle Lösung sein. Okay Jens, jetzt erzähl uns mal, was das MIT zu der ganzen Sache sagt. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ja, das MIT des Massachusetts Institute of Technology ist ja sowas wie ein Zungenbrecher. Das ist aber eine der renommiertesten Forschungseinrichtungen weltweit. Und die Jungs von MIT, die haben schon 2016 eine extrem spannende Untersuchung gemacht. Und zwar haben die alle möglichen Autos vom Diesel über Hybrid bis zum Tesla auf laufende Kosten und auch CO2-Emissionen untersucht. Und dann haben die ein Ranking aufgestellt. Und die Emissionen, die wurden hier natürlich über den gesamten Lebenszyklus berechnet. Also auch von der Akkuherstellung bis zur Entsorgung. Das gibt also ein relativ gutes Bild der Realität wieder. Ja, und vor fünf Jahren, da war natürlich der Markt für E-Autos überhaupt noch nicht so vielfältig wie heute. Damals gab es außer Tesla nur ganz wenige andere Hersteller. Und deshalb sind in der Liste hinter mir, die ihr gleich sehen werdet, auch nur ganz wenige E-Autos zu finden. Und es sind auch welche dabei, die kennt heute eigentlich keiner mehr, der nicht aus den USA kommt. Und überleg mal, das ist erst fünf Jahre her. Und wo stehen wir heute? Das MIT hat sich jedenfalls bereits 2016 gefragt, was im Verkehrssektor eigentlich passieren muss, damit wir die Klimaziele für 2030 auch nur irgendwie annähernd erreichen. Und klar ist, die CO2-Emissionen, die müssen auch im Verkehr sinken. Sonst wird das nämlich nichts. Und womit erreichen wir das? Was verbesserte Verbrennungsmotoren, Diesel oder E-Mobilität? Und was kostet uns das Autofahrer? Und dazu haben die vom MIT die Kosten und die CO2-Emissionen von 125 Fahrzeugmodellen auf dem US-Markt untersucht. Klar, US-Markt, da kommen sie schließlich her. So, und was das Ergebnis ist, das zeige ich euch gleich hier hinter mir. So, und die Ergebnisse vom MIT, die seht ihr jetzt hier auf diesem Monitor. Das ist im Prinzip ein Diagramm von ganz vielen verschiedenen Automodellen. Und jeder Punkt oder jedes Dreieck, jedes Quadrat ist ein Auto. Und wir haben hier eine X-Achse. Das sind die Betriebskosten über den Lebenszyklus, also von der Herstellung oder vom Kauf bis zur Entsorgung sozusagen. Da ist drin Benzinkosten, natürlich Stromkosten, Wartungskosten, Reparaturen etc. pp. Verschleiß, Reifen und so weiter. Und dann haben wir hier auf der Y-Achse, das sind die CO2-Emissionen, die in diesem Autoleben entstehen. Eben auch gerechnet von der Herstellung bis zur Entsorgung. Da ist also auch Akkuherstellung dabei und so weiter. Ja, und dann haben wir hier zwei Bereiche. Das ist einmal der graue Bereich mit den schwarzen Punkten. Das sind natürlich die Verbrenner. Farblich gut zu erkennen. Dann haben wir hier einen pinken Bereich, das sind Plug-in-Hybride. Und einen gelben Bereich, das sind Elektroautos. Und diese Strichlinien hier, das sind im Prinzip CO2-Grenzen. Wir haben nämlich die obere Strichlinie. Das ist sozusagen das, was in den USA 2016 wohlgemerkt durchschnittlich auf der Straße war. Und da liegen die CO2-Emissionen auf das gesamte Autoleben pro Kilometer am Ende bei 350 Gramm CO2. Und wir müssen im Prinzip aber deutlich runter. 2030 ist das Ziel hier dieser zweiten gestrichelten Linie. Da liegen wir bei 200 Gramm und 2040 bei knapp über 100. 2050 nur noch bei 50 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer auf das Autoleben bezogen. Wohlgemerkt nicht auf die Treibstoffemissionen bezogen. Was man hier schön sehen kann, ist halt, dass diese gelben Quadrate, das sind alles Elektroautos. Das ist dann sowas wie ein Toyota Prius, ein Nissan Leaf, ein Ford Focus Electric. Wer kennt ihn noch? Chevrolet Bolt, BMW i3. Wir haben hier ein Model S mit 60 Kilowattstunden Akku damals. Und wir haben hier ein Tesla Model 3. Das ist eine frühe Schätzung. Das war ja 2016 noch nicht so weit. Und wir sehen also, dass auch von den Kosten her hier dieser Bereich der Elektroautos relativ weit unten ist. Mammelt Ausnahme vom Tesla Model S. Und CO2, ganz klar, die erreichen sogar fast schon 2016 wohlgemerkt das 2040er CO2 Ziel. Und das mit dem amerikanischen Strommix, der ja nun alles andere als schwerpunktmäßig regenerativ war zu dem Zeitpunkt. Und auch heute noch ist. Ja, man sieht ganz deutlich, dass die Verbrennungsmotoren alle deutlich über diesen Zielen liegen. Und ja, den Vogel schießen so ein bisschen, was die Wartungskosten angeht, neben Tesla Mercedes-Benz E350 und BMW 528i ab. Und die höchsten CO2-Emissionen, wen wundert's, Chevrolet Suburban Jeep oder Ford F-150 Jeep Wrangler. Diese ganzen SUVs, diese Boliden aus den USA mit dem wahnsinnigen Spritverbrauch. Ja, die spielen sich hier oben ab. Und übrigens, was die Kosten angeht, Spritverbrauch. Da müsst ihr ja überlegen, in den USA kostet ein Liter Benzin heute 2021 89 Cent. Und wir liegen hier, glaube ich, bei 1,70 Euro im Moment. Also, das ist quasi das Doppelte an Benzinkosten. Das heißt, die Kosten in Europa für diese ganzen schwarzen Punkte, die würden sich nochmal deutlich nach rechts verschieben. Und da lassen einfach die Elektroautos, sowohl was CO2-Emissionen angeht, als auch was die Betriebskosten über die Lebensdauer angeht, alle Verbrenner meilenweit hinter sich. Also hat man schon vor fünf Jahren gesehen, dass an Elektromobilität kaum ein Weg vorbeiführt, wenn wir die Klimaziele irgendwie erreichen wollen. Und das ist dann für uns Autofahrer am Ende nicht mal wirklich teurer, weil die geringeren Wartungs- und Stromkosten eben viel Geld einsparen im gesamten Autoleben. Ja, jetzt wieder zurück zu dir, Andreas. Ja, Fazit. Ich denke, das ist vermutlich der Preis unserer schnelllebigen Informationsflut, weil solche Falschmeldungen gehen unfassbar schnell um die Welt, weil das natürlich immer so einen Riesen-Impact-Faktor hat. Und das auch noch von renommierten Medien. Letztlich wurde zwar eine Diskussion entfacht und es konnte auch klargestellt werden, aber nicht jeder Mensch hat diese Diskussion danach verfolgt, nach der Meldung und mitbekommen. Und ist nach wie vor der Meinung, dass E-Autos klimatechnisch fake sind. Wir hoffen, dass wir mit diesem Beitrag ein bisschen helfen konnten, diesen Schaden nochmal etwas zu beheben und etwas aufzuklären. Und ich hoffe, ihr verzeiht uns diese kleine Täuschung am Anfang. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ich bedanke mich wahnsinnig herzlich bei Jens für seinen Beitrag. Ich habe es sehr, sehr gerne wieder gemacht mit dir und freue mich, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, schenkt mir ein Like. Ich freue mich selber sowas und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau.